Hallo, in diesem Video geht es um die Bassstimme von Talk Me Wind von Christian Dreow. Starten wir gleich von vorne. Eins, zwei. Eins, zwei. Den Abschnitt machen wir bitte gleich noch einmal. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Drei. Machen wir weiter in Takt 13. Drei, vier. Eins, zwei. Drei, vier. Eins, zwei. Drei, vier. Eins, zwei. Drei, vier. Auch diesen Abschnitt bitte gleich noch einmal. Drei, vier. Drei, vier. Eins, zwei. Drei, vier. Eins, zwei. Drei, vier. Und weiter geht es mit Takt 25 mit Auftakt. Eins, zwei. Auch den Abschnitt gleich noch einmal. Eins, zwei. Und jetzt machen wir weiter in Takt 33. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Drei, vier. Eins, zwei. Drei, vier. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Drei, vier. Eins, zwei. Drei, vier. Eins, zwei. Drei, vier. Eins, zwei. Drei, vier. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Zum Abschluss des Videos würde ich gerne einmal das komplette Stück ohne Unterbrechung durchsingen. Zum Abschluss des Videos würde ich gerne einmal das komplette Stück ohne Unterbrechung durchsingen. Zum Abschluss des Videos würde ich gerne einmal das komplette Stück ohne Unterbrechung durchsingen. Zum Abschluss des Videos würde ich gerne einmal das komplette Stück ohne Unterbrechung durchsingen. Zum Abschluss des Videos hätte ich gerne einmal das komplette Stück ohne Unterbrechung durchsingen. Zum Abschlussunda So, das war es auch schon von meiner Seite für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hat euch bei der Erarbeitung geholfen. Wenn das so gewesen sein sollte, dann gebt dem Video bitte unbedingt einen Daumen nach oben und lasst auch ein Abo für diesen Kanal, falls ihr das nicht sowieso schon längst getan habt. Ansonsten bleibt mir nur noch euch einen wundervollen Tag zu wünschen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!